Jesus von Nazareth ist die wohl bedeutendste Persönlichkeit der Weltgeschichte. Aber was passierte danach, als Jesus fort war und seine Aposteln, Jünger, sich anschickten, aus dieser kleinen Sekte die größte Glaubensgemeinschaft der Welt zu machen? Und was ist eigentlich mit den Frauen passiert, die doch in den Evangelien eine so wichtige Rolle spielen und dann in der Apostelgeschichte nicht mehr vorkommen? Und dann trat ja noch dieser Apostel Paulus auf den Plan, der aus der Lehre Jesu eine Theologie formulierte. War also Paulus vielleicht der Gründer des Christentums und gar nicht Jesus, der eine Kirche oder eine Religion gar nicht im Sinn hatte? Oder war Paulus einfach der Architekt des Christentums, der sich dann aber ziemlich stark in die Baupläne des Baumeisters einmischte und am Ende auch noch eine Hausordnung für die Bewohner erließ? Das sind alles spannende Fragen, denen ich nachgehe in diesem neuen Buch, das beim Weltbild Verlag erschienen ist. Es heißt, ich habe ein Feuer auf die Welt geworfen. Die Apostel-Doku, hatte Jesus wirklich eine Kirche im Sinn? Und ich glaube, das sind wirklich interessante Fragen und Sie werden sich sehr gut und auf spannende Weise mit diesem Buch unterhalten.